Hallo Gut, dass Sie da sind, Eure Hoheit Schreiben Sie auf Ab sofort werde ich Videos drehen, weil ich Geld brauche für einen Mercedes Komm auf Außerdem möchte ich mir auch vielleicht ein Haus kaufen Oh, ich schreibe Haus weg, Haus weg machen Außerdem werde ich Videos machen, wenn ich Bock drauf habe Ja Eure Hoheit, laut Paragraf 31 Absatz 69 müsste sich zwingen, Videos zu machen Okay, was soll ich zocken? Fortnite Fortnite? Guck mal her, guck mal her Hier, Fortnite, was? Fortnite, hä? Diese Fortnite-Solinder-Igut rein, hast du verstanden? Du Vollidiot Was für Fortnite, Mann? Ich hab keinen Bock mehr auf Fortnite Es reicht, es reicht, ich kann nicht mehr Es reicht Scheiß drauf, okay, gut Ich spiel Fortnite an meiner Räume, sie kennen, ja? Scheiß, ich geh aus Scheiße Da will man einmal nach einem Jahr was wieder zocken Also ob das nicht reicht, guck mal, Pickel, da ist Pickel Von 100.000 Leuten, Pickel Alles Egal Wir reagieren jetzt auf den Trailer Ich bin gespannt, weil Fortnite hat doch seinen Fehlern gelernt, Bruder Die machen das jetzt richtig Die machen das jetzt richtig, Bruder, ich glaub daran Hä? Was ist das? Was zum Was habt ihr mit dem Spiel gemacht? Was habt ihr mit dem Spiel gemacht? Nein Oh mein Gott Oh mein Gott, da bin ich wieder Jungs, schaut euch das an Schaut euch das an! Wie früher Nostalgie Vegeto Mermi Flow, Bro Einfach wie früher Ich geb Fortnite eine letzte Chance, Bruder Und ich sag euch ehrlich, das ist, äh Bruder, wer ist jetzt reingejoint? Wer ist das? Bruder, jetzt irgendein Cowboy reingejoint? Bruder, ich hab, ey, erste Runde Ich hab vergessen, auf Ding zu machen Amana, hol ich mir her Ey, Bruder, ich nimm grad auf Kannst du vielleicht rausgehen? Das ist doch Hä? Bruder, jetzt joint irgendeine Hells Angels Mit die Daumen hoch rein, ja? Was ist das? Geht mal bitte raus Ich muss Video drehen! Hallo, könnt ihr Könnt ihr bitte rausgehen, Bruder? Bruder, wer joint jetzt rein? Ey, wer joint denn jetzt rein, Bruder? Wer bist du denn jetzt? Ey, nein, nein! Holum, geh raus! Was guckst du denn? Hallo, was guckst du, Bruder? Fuck mich Geh raus! Geh raus! Bruder, was? 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 Raus jetzt, Mann! Geh raus! Endlich, Bruder, was war das hier? Was war das denn für ein Kindergarten? Item Shop Oh mein Gott, Item Shop Unterstütze einen Creator Assi Da unten Assi Okay, wisst ihr was? Ich mach's Scheiß drauf Zusammen im Mond ausführen Okay, es geht los Oh mein Gott Okay, ihr seht Ich bin einmal kurz reingang Aber ich muss da einstellen Ich hab nicht gezockt Ich schwöre, ich hab nicht gezockt Okay, ich hab einen Nein, Spaß Ich hab nicht gezockt Hallo? Hört mich jemand? Ja, was geht? Ja, was geht? Stopp, steht alles klar? Freilich Freilich So, kommst du hier Oder weg? Oh mein Gott, kommst du in der Urtexar Oh mein Gott, kommst du in der Urtexar? Sag mal, kannst du auch sprechen oder was? Ja, freilich Ich spreche noch als bei uns Ich weiß nicht, ob du mich kennst Ich bin aber ein Hacker Ja Bro, ich hacker Accounts, okay? Ich geb dir Weißt du was? Du bist korrekt zu mir gewesen Normalerweise wollte ich jetzt die Lobby hacken Und dein Account hacken? Ich bin korrekt zu dir, weil du auch Deutsch verstehst Du hast mich zum Lachen gebracht, Bro Oh, kommst du in der Urtexar? Ich gebe dir 10 Sekunden Zeit, um die Lobby zu verlassen Ansonsten wirst du gehackt 10 9 Warte, 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 warte Ja Wie kann man Lobbys hacken? Das kann man Ich hacke deinen Account direkt Weil du mit mir verknüpft warst Dadurch ist dein Account mit mir verknüpft worden Da wir in einer Lobby sind Aber ist ein anderes Thema Wegen dem neuen Update Deswegen war ja gestern der Server so lange offline Deswegen schreib dir noch 3 Sekunden Zeit Verlass die Lobby Ansonsten ist dein Account weg 3 2 Ja, warum lieb ich jetzt? Ach, dir nochmal Hey, passiert eh nix Hey, nein Der Arme, Bruder Der ist irgendwie rausgegangen Der dachte, ich hecke den jetzt Okay, warte mal Jetzt zocken wir mal auf Ernst, okay? Ich zocke auf Ernst jetzt Okay, komm Okay Zeus-Blitz Mythisch Oh, was habt ihr mit dieser Update gemacht? Wurde, was habt ihr gemacht, Lan? Welche Waffe ist besser? Oh AK-47 Schwarz-Gold-Silach Ey, guck mal da vorne Da ist der Typ, der mich gestream-snipet hat Bruder, was macht der hier? Hey, warte mal Bismillah Oh mein Gott, mein erster Kill Mein erster Kill Wo ist der Typ hin? Ey, da ist der, der mich gestream-snipet Da ist der, da ist der, da ist der Bruder, was macht der da? Bruder, Bruder, Bruder Chill, chill Was macht der da? Scheiß auf den Jungs, wir gehen, wir gehen weiter Komm mal, ich brauche einen Mercedes Gibt's hier ein Auto irgendwo? Oh mein Gott Genau, wo ich das erwähne Guck genau hin Das ist ein Mercedes-G-Klasse AMG, Digga Ey, da war doch gerade einer Bin ich dumm? Da war doch gerade jemand Ist da nicht voll Da Lan ich Oh, oh Oh, oh Allah Oh, oh 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 Oh, 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 oh, oh Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Lol, was geht ab? Ich schwöre, ich zocke gerade Ich schwöre auf alles, ich zocke gerade Ey, guck mal, die Arme, Bruder Die halten Was war das? Der eine fährt im Wasser Was ist denn? Was geht hier ab? Was ist denn? Was ist mit Futter? Kommt auf einmal ein Vogel, Bruder Für die erste Runde Und, ah, warte, warte, warte Zurück Ich spiele die ganze Zeit Team Ich merke es jetzt Lass du, wir machen du auf Ich schwöre, ich hätte ihn sonst geholt Ich schwöre, wäre das du Ich hätte gewonnen Halt die Fresse Versteht ihr, was ich meine? Oh, Bruder, komm mal Ja, Bruder Alles klar, Bruder Ja, der umacht mich einfach Nein, Mann, da lande ich Guck mal, wie das aussieht Boah, das ist auch wieder tot, Alter Das ist auch wieder tot, Bruder Was soll ich da? Oh, Bruder, guck mal, wenn Ich muss eigentlich mit ihm landen Ich scheiße, ich lande mit ihm Sie kennen Hä? Warum geht der raus? Ich wollte ihn runterwerfen Was ist denn das jetzt? Das ist von dem Mein Update, gell? Was das auch immer ist Wow Ich sitze vor meinem Bildschirm Die ganze Zeit über Und mach nur so Weil ich nichts mehr rapfe Weil ich das Spiel nicht mehr verstehe, Bruder Aber es macht irgendwie ein bisschen Spaß Ich muss ehrlich sagen Es macht irgendwie Spaß Hä? Ich komme, Bruder Seit dem neuesten Update Kann ich auch fliegen Da drinnen bist du, ja? Ich mache den größten Fehler Ich mache den größten Fehler Er kommt Allah Ohlm, warum? Warum? Es lief noch Mein Kontrollhaus Mein Kontrollhaus Hey Jungs Und Mädels Letzte Runde Angebot Lady Gaga Was für Lady Gaga Paket Alter, ihr müsst euch vorstellen Kleine Kinder Die sitzen gerade vor dem Bildschirm Die sind gespawnt Hä? Was ist denn das? Allahu Ekber Ich lebe noch Oh mein Gott Mein Bruder rettet mich Ich kenne den nicht mal Ich höre Schritte Ich höre laute Schritte Es kommt jemand Wir sind nicht alleine Ich wusste, dass wir nicht alleine sind Hä? Hä? Wie bist du denn? Allah Töte ihn doch Wenn jetzt Rafe in the Grave stirbt Ist alles vorbei Bitte Mach das, Bruder Du fickst den Oh, wie schlecht bist du Hast du, du lebst noch Du lebst noch Alles gut Ich dachte, der ist gestorben Oh Oh, ich hab umsonst so geschaut Haben wir die Richtigung Eiser Du Peach Du Peach Ich bin fertig mit meinen Nerven Ich möchte jetzt gehen Ich kann nicht mehr Ihr seid gespannt Ich bin gespannt Wir alle sind Oder was Wabbel ich denn wieder für eine Scheiße, Jungs Creator Code Azzi Vielleicht bringe ich irgendwann nochmal Fortnite raus Ich wünsche euch was Habe ich schon Creator Code Azzi erwähnt? Habe ich erwähnt? Wohin habe ich erwähnt? Furze Neidila Babadi Babadi Was mache ich denn da, Bruder? Ja, Wallah Ich bin erwachsener, Mann Ich bin 23 Idioten